Yo Leute, was geht denn damit? Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, gibt es heute eine Runde SG, in der ich es geschafft habe, vor dem Deathmatch zu gewinnen. Habe ich so auch noch nicht geschafft, Leute. Und deswegen dachte ich mir, lade ich das Ganze mal hoch. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Let's go! Greifen wir uns an? Nein. Okay. Es gibt Tage, da bin ich sehr gut. Und dann gibt es mal wieder Tage, da bin ich absolut lost. Ja, ja, weißt du, Zeitverfekt. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich war gern nichts mehr. Eisen sieht ganz anders aus. Eisen sieht ein bisschen aus wie Kettenhaube. Was ist das hier? Das ist auch Kettenhaube. Ah, ich habe ja sogar einen Lederhelm. Man könnte das hier anziehen. Da muss ich noch ein bisschen überlegen. Ich habe nicht mal ein guter Chessplay. Das ist gerade mein Problem. Der Boy ist richtig aggressiv. Okay, geil. Oho, mein Gott. Was hatte der alles? Okay, Philipp, Digga. Wenn du jetzt mal guckst, was ich mir jetzt für den Quip geh, ne? Wie viele sind da unten? Wie komme ich denn da runter? Oh, nein. Javi, verpiss dich, Alter. Oh mein Gott, Javi, D.A. Das ist richtig ehrenlosig. Warte, ich hole den. Die Team einfach alle drei. Ja, okay, das ist ja echt scheiße, Digga. Lass uns dann aber eine neue Runde machen. Ich habe keinen Bock auf das Thema. Sind die alle hinter mir her? Es sind nur noch zwei. Zwei. Ich werde weiter hinter mir. Eine direkt hinter dir. Eine direkt hinter dir. Wenn du den Klatsch hast, ist das gute Rüstung. Ja, ja, Junge. Jetzt merkst du mal, Alter. Du kleiner, ehrenloser Bastard, Alter. Komm her, Junge. Wo ist er? Ja! Der kann noch nicht mehr viel laden. Ja, 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 Junge. Jawohl. Und jetzt hinter dir. Der Nasse, der Nasse, Junge. Ja, Junge.